Einigkeit und Recht und Freiheit, für das deutsche Vaterland, dann noch machst du uns... Was ist dein Tipp für heute? 2 zu 1, man darf ja nicht zu hoch greifen. 5 zu 0. Ich glaube, dass wir Deutschen 3 zu 0 gewinnen. 4 zu 0 für Deutschland. 4 zu 1 für Deutschland, natürlich. Okay, 5 zu 0, glaube ich. Für Deutschland natürlich. 3 zu 0 für Deutschland. Ich denke, 3 zu 1 für Deutschland. Wie weit glauben Sie, kommt Deutschland bei dieser WM? Ich glaube, ins Viertelfinale. Nicht weiter? Nee, ich glaube, diesmal nicht. Finale. Weltmeister. Weltmeister, ganz eindeutig. Ja, ich denke, die mogeln sich schon bis ins Finale durch. Ob sie denn Weltmeister werden, weiß ich nicht. Es wird ja mal gesagt, sie sind eine Turniermannschaft, aber... Mal gucken. Unser Ziel ist immer das Finale. Also auch die Weltmeisterschaft natürlich. Bis ins Finale, denke ich. Weltmeister. Wie vor vier Jahren ins Finale und dann zum Titel. Wer ist Ihr Lieblingsspieler? Mats Hummels. Was ist mit Mario Götze? Ja, leider zu schlecht für diese WM. Nicht im Aufgebot. Marco Reus. Toni Kroos seit dem letzten Spiel. Rüdiger. Ich weiß seinen Vornamen nicht. Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger. Toni Kroos. Also seit dem Freistoß eindeutig, aber auch davor. Eindeutig der sympathischste Spieler. Äh, Reus. Ja, Jonas Hector. Viele gute Spieler verloren, aber Toni Kroos. Auf jeden Fall. Hey! 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 Hey!